Hallo zu meinem letzten Daily Vlog. Es ist schon Mittag, aber ich habe Sachen geparkt und aufgeräumt und mich fertig gemacht und hatte jetzt noch nicht so die Zeit zu vloggen. Ich bin dann gleich wieder bei mir zu Hause in meiner Wohnung. Freue ich mich tatsächlich auch drauf, dann wieder bei mir zu Hause zu sein. Obwohl es auch mal sehr schön war, so Tapetenwechsel eine Woche lang. Ja, ihr hört es, ich bin ein bisschen krank geworden, aber vielleicht, ja, das geht jetzt ein paar Tage und dann ist es auch wieder gut. Ich wollte euch erzählen, was ich die letzten Tage auch genutzt habe. Also ich wollte die Woche halt so ein bisschen nutzen, um halt mal so Dinge zu tun, die sonst halt einfach zu kurz kommen. Und es war unter anderem ein Hörbuch zu hören. Dann hatte ich die Tage vorher bei Instagram so gefragt, ja, was könnt ihr denn empfehlen oder beziehungsweise wo hört ihr? Und habe mich dann letztendlich für Audible entschieden. Gehört ja zu Amazon. Und da war halt das Coole, dass man den ersten Monat frei hat, quasi einen Probemonat hat und ein Guthaben von 9,95 bekommen hat und sich dafür halt für diese 9,95 ein Hörbuch aussuchen konnte für den Probemonat. Und danach kostet jeder Monat, ich glaube, 9,95 Euro und ist jederzeit kündbar. Das finde ich halt auch cool, weil wenn man mal sagt, okay, ich komme die nächsten Monate nicht so dazu, dann kündige ich es erstmal und schließe halt dann wieder neu ab oder so. Das fand ich ganz cool. Oder wie ich, die sagt, okay, die Woche oder die nächsten zwei Wochen komme ich dazu, Hörbücher zu hören. Dann schließe ich halt mal was ab und dann kündige ich halt wieder. Das fand ich ganz cool. Und habe dann jetzt diese Woche die Biografie von Michelle Obama gehört, beziehungsweise bin ich noch nicht ganz durch. Und das war recht angenehm. Also ich wollte sowieso das Buch eigentlich lesen. Bin jetzt aber ganz froh, dass ich es als Hörbuch gehört habe, weil der Anfang ist sehr, der zieht sich sehr. Also ich verstehe schon, dass es Sinn macht, dort anzufangen und so, aber der Anfang hat sich sehr gezogen. War aber halt angenehm durch die Sprecherin, die das Hörbuch gesprochen hat. Ihre Stimme mag ich sehr gerne. Dadurch war es angenehm zuzuhören. Und dadurch habe ich wahrscheinlich diesen schlimmsten Teil des Buches, der halt sich so ein bisschen wie Kaugummi zieht und nicht so interessant ist, überwunden und kann jetzt weiterhören. Ich glaube aber, dass ich mir vielleicht auch nochmal das Buch hole und mal so vielleicht die letzten Kapitel oder so dann auch alleine lesen werde. Muss ich mal gucken. Aber das war ganz schön, mal wieder Hörbücher zu hören und so. Und ich habe auch mit vielen Mamas bei Instagram geschrieben, die so sagen, naja, man kann halt nur bügeln oder lesen oder nur nähen oder lesen. Und deswegen haben sie sich dann halt auch dafür entschieden, während des Bügelns Hörbuch zu hören oder während sie nähen Hörbuch zu hören. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Und ich würde das gerne irgendwie mehr in meinen Alltag integrieren, da irgendwie was finden, wo ich halt mehr Hörbücher hören kann. Weil ich das halt eigentlich sehr, sehr gerne mag, wenn der Sprecher gut ist, mich da so davontreiben zu lassen. Vielleicht auch wieder wie früher, ne, man hat früher als Kind immer, machen ja unsere Kinder auch, CDs zum Einschlafen gehört. Oder bei uns waren es ja noch Kassetten. Vielleicht halt jetzt wieder einfach Hörbuch zu hören, bevor man schlafen geht. Mal gucken. Also da, das war ganz nett. Und ja, werde jetzt Audible weiter nutzen. Und mal gucken, was ich mir da noch so demnächst anhören werde. Ihr könnt jetzt sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr so ein Hörbuch habt, wo ihr sagt, ey, das musst du mal gehört haben, dann sehr gerne. Mir wurde jetzt schon öfter empfohlen, die Känguru-Chroniken oder so, heißt das so. Habe ich mir mal durchgelesen. Fand ich jetzt nicht so ansprechend, aber es wurde mir tatsächlich sehr, sehr oft empfohlen. Falls ihr das jetzt auch in die Kommentare geschrieben hättet als Tipp, könnt ihr mal dazu schreiben, warum. Genau, ich trinke jetzt hier noch meinen Tee aus und dann geht es bald wieder nach Hause. So, ich habe mir jetzt hier ein letztes Mal noch was zu essen gemacht. Guck mal hier so Rutsches. Bohnenmais. Lecker, lecker, lecker. Ah ja, home sweet home. Und jetzt erstmal Taschen auspacken, aufräumen. Ich bin so, ich muss das gleich gemacht haben. Die Klamotten wieder wegräumen und ich brauche dann wieder Ordnung hier zu Hause. Als ich nach Hause gekommen bin, hat mich ein ganz, ganz tolles Paket erwartet. Von einer wundervollen Frau mit Dechtsam-Arbeiter. Ein Überraschungspaket. Ich wollte euch kurz zeigen, was da so drin war. Und zwar zum einen von Kneipp, eine Aromapflege-Dusche, die vegan ist. Sei frei, verrückt und glücklich. Mit Glücksklee und Apfelsine, sonniger Glücksduft nach Apfelsine. Voll süß. Dann auch von Kneipp ein Badesalz zum Abschalten. Ein Jogi-Tee, Ingwer-Zitrone. Und der kommt mir ganz gelegen, weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe. Das Ingwer ja, glaube ich, ganz gut und Zitrone sowieso. Dann noch eine Gesichtsmaske. Sieht voll toll aus, so gold. Hier mit dem Mond. Aber die Marke kenne ich gar nicht von Aldo Vandini. Overnight-Gesichtsmaske. Overnight heißt sie, dass ich die... Pflegemaske für die Nacht. Optimiert jeden Schönheitsschlaf. Die außergewöhnliche Formulierung verschmilzt schon beim Auftragen mit der Haut. Am nächsten Tag strahlt die Haut sichtbar vitaler. Cool. Ich glaube, das probiere ich heute gleich mal aus. Und dann war drin, voll genial, diese CD hier von Marie Mannschatz. Fünf Weisheiten für den Alltag. Buddhas Anleitung zum Glücklichsein. Voll cool. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, mir das mal anzuhören, die Tage. Dann war natürlich eine ganz, ganz tolle Karte von ihr dabei. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Voll schön, die hänge ich mir irgendwo schön auf. Dann, mega geil, das hier. Life loves you. Und diese Erinnerung braucht man ja immer wieder mal. Das kommt irgendwo sehr, sehr sichtbar. Ich glaube, wenn wir ins Wohnzimmer. Und dann noch so ein Massagehandschuh. Body Massage. Voll cool, sowas habe ich auch tatsächlich noch nicht. Fit und schön durch eine natürliche Massage. Cool. Werde ich mal ausprobieren. Naturprodukt zur Nass- und Trockenmassage. Aber so unter der Dusche könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Schön. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich liebe, liebe, liebe Überraschungen. So, ich wollte euch gerne auch noch ein Feedback zu den CDs geben, die wir jetzt im Laufe der Woche gehört haben. Und zwar sind die beiden von Wolkeninsel. Das ist hier CD 1. Zehn Geschichten und zehn Lieder. Und hier haben wir die CD 2. Die Rira Riesenrutsche. Auch wieder zehn Abenteuer und zehn Kinderlieder. Das habe ich so in der Art, auch in der Form tatsächlich noch nicht gehabt. Weil es ist wirklich so. Hier hinten kann man das, glaube ich... Ne, wo war denn das? Was ist hier drin? Ah ja, hier. Hier kann man das ganz gut sehen. Also man hat halt hier Geschichte Nummer 1. Die geht keine drei Minuten. Dann kommt ein Lied. Dann kommt wieder eine kleine Geschichte, die nicht nur eine Minute geht. Dann kommt wieder ein Lied. Und das ist halt super abwechslungsreich und echt schön. Und wir hören das tatsächlich am liebsten tagsüber. Gar nicht so abends zum Einschlafen, obwohl es auch mit einem sehr, sehr schönen Schlaflied endet. Auch so im Ganzen, wenn ihr die Zeit mal seht, geht die CD nicht allzu lang. Aber für tagsüber finde ich das sehr, sehr schön. Weil es halt so eine schöne Mischung ist. Und es baut halt alles aufeinander auf. Also die Lieder haben natürlich mit der vorangegangenen Geschichte auch immer was zu tun. Das ist super, super schön. Die Figuren sind sehr, sehr süß. Die Stimmen sind sehr, sehr niedlich. Das hat mir gut gefallen. Also für tagsüber während des Spiels mag ich das sehr, sehr gerne. Und die Kinder fangen schon an, einige Lieder mitzusingen. Das liebe ich ja total. Das machen die übrigens auch bei ihren englischen Kinderliedern. Genau. Und hier ist es im Grunde dann... Wie tust du auch feindendig? Ist es dann im Grunde auch wieder so gemacht. Mit der Rira Riesenrutsche. Also ich mag das sehr gerne. Ich mag dieses System. Also ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade, wie gesagt, für tagsüber gibt es mal so kleine Momente, wo sie halt zuhören können. Und dann wieder, wo sie sich von der Musik so beriesen lassen können. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich verlinke euch die Wolkeninsel-CDs mal unten in der Infobox. Falls ihr euch das mal genauer angucken wollt, kann ich euch das sehr empfehlen. Genau. So, ich mach jetzt nochmal los. Wir wollen aufs Streetfood-Festival und danach ins Kino gehen. Ich weiß noch gar nicht genau, welchen Film. Ich war für Avengers. Aber es wurden auch noch andere Filme vorgeschlagen. Mal gucken, was es wird. Ich freue mich ganz, ganz doll. Ich hoffe, euch haben die Daily Vlogs gefallen. Ich freue mich sehr darauf, eure Kommentare zu lesen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.